Ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Ja, das Coronavirus kann schreckliche Folgen haben. Und mein Beileid allen Familien, die Menschen verloren haben, die an oder mit Corona gestorben sind. Gleichwohl weist die Politik dieser Regierung auf etwas hin, was man sich eigentlich nicht wünschen möchte. Dort gibt es dann tatsächlich Träume von einem ökosozialistischen Wandel. Etwa ausgedrückt von Svenja Schulze oder auch von verschiedenen Agenten. Da gibt es das Weltwirtschaftsforum, das träumt von einem Great Reset. Da gibt es eine Angela Merkel, die meint, wir müssen jetzt in irgendeiner Weise Deutschland wieder aufbauen. Und in die Richtung geht ja auch der Wiederaufbaufonds der Europäischen Union, Next Generation EU. Da gibt es das Weltwirtschaftsforum, das ganz offen einen Great Reset fordert. Und ich sage an dieser Stelle ganz klar, wir brauchen keinen Great Reset unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Wir brauchen einen Great Reset unserer Regierung. Es kann doch nicht sein, dass fundamentale Prinzipien unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft außer Kraft gesetzt werden, damit ein anderes ideologisches Ziel erreicht wird und das Corona dafür als Katalysator dienen soll. Wir wissen, Ursula von der Leyen hat bereits mit ihrem Antritt als Kommissionspräsidentin, sie ist ja nie wirklich gewählt worden vom Volk, einen Wiederaufbau in klimaneutraler Art und Weise gefordert. Damals nannte sie das Green New Deal oder European Green Deal in Anlehnung an das, was sich die Öko-Kommunisten in den USA so ausgedacht hatten. Und diese Idee wird nun immer wieder aufgewärmt, insbesondere von den Grünen, aber eben auch von der Bundesregierung und der EU-Kommission, um zu begründen, dass sozusagen nach diesem wirtschaftlichen Totalzusammenbruch, der vom Regierungs-Lockdown-Jahr verfügt wird, man die Wirtschaft nicht so aufbauen sollte, wie sie war, sondern dass man dazu übergehen sollte, gleich klimaneutral aufzubauen. Ergo, man weiß, dass die eigenen Klimaideologien eigentlich zum wirtschaftlichen Totalabsturz führen, denn wie soll bitteschön etwas finanzierbarer, wirtschaftlicher und in der Volkswirtschaft marktfähiger werden, wenn es durch Verbote alles endlich beschränkt wird, wenn es durch Verbote mandatiert wird, wenn es durch höhere Preise erzwungen wird. Und dort sind natürlich die Argumente der Grünen mal wieder völlig irrsinnig, wenn sie sagen, ja, man kann Klimaneutralität durch erhöhte Preise erzwingen. Natürlich, wenn man letztendlich ein gewisses Gut nur noch einer kleinen Schicht zugänglich macht, indem man es verteuert, dann wird es weniger genutzt. Das ist künstliche Verfälschung auf dem Markt und nichts anderes. Aber das bremst die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die volkswirtschaftliche Produktivität. Also, unsere Wirtschaftsleistung, unser Wohlstand wird auf dem Altar der Klimaideologie geopfert. Nichts anderes ist das und verschleiert wird das Ganze natürlich, wenn wir jetzt sowieso mit Corona und dem Regierungslockdown, der ja verschiedene Branchen komplett lahmgelegt hat, einen Wirtschaftsabsturz hinlegen. Gegenüber einem Komplettabsturz durch eine totale Dichtmachung der Wirtschaft ist natürlich selbst eine Klimaideologie ein Wirtschaftswachstum. So versucht man jetzt gerade den Great Reset den Leuten zu verkaufen. Das ist grundfalsch. Wir müssen gucken, dass wir wirtschaftlich leistungsfähig und produktiv bleiben. Denn nur wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Produktivität schafft auch Wohlstand. Und nur der Wohlstand zahlt sich aus in Form von hohen Renten, hohen Gehältern und einer hohen Lebenserwartung. Niedriger Wohlstand führt zu einer niedrigen Lebenserwartung, niedrigen Gehältern und niedrigen Renten. Denn das müssen wir immer wissen. Und deswegen steht die AfD ganz nachdrücklich für das Ideal, das Deutschland immer stark gemacht hat, nämlich die soziale Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist die Antwort auf alle Fragen, nicht nur unserer Zeit, sondern aller Zeiten. Wir müssen gucken, dass wir freien Wettbewerb erlauben, den freien Wettbewerb der Ideen und der Technologien auf einem freien Markt. Weil nur dann können sich die besten Technologien, die für alle auch gut finanzierbar und durchsetzbar sind, durchsetzen. Und das ist das Gegenteil von Verboten, das ist das Gegenteil von Mandatierungen und das ist das Gegenteil eines Great Reset. Wir brauchen einen Great Reset dieser Bundesregierung, nicht unserer Wirtschaft und Gesellschaft.